Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Heute Abend wollten wir ja alle zusammen essen. Ja. Du, ich, mein Mann und dein Mann. Ja. Ich sollte ja alles dafür besorgen. Du, das Essen, ich die Getränke, ja. Haben wir so abgemacht? Ja. Jetzt haben die Geschäfte heute ja schon zu. Ja und? Helga, ich hab vergessen, das Essen zu kaufen. Das ist nicht dein Ernst. Hab ich total, äh... Du hattest eine Aufgabe, Marianne. Ich hab's einfach vergessen. Marianne, seit Wochen reden wir davon. Wie kann man sowas denn vergessen? Was heißt du denn? April, April. Findest du das lustig, oder was? Ich hab das nicht vergessen. Es ist alles im Kühlschrank. Marianne, mit sowas macht man keine Scherze. Das war doch nur ein kleiner Witz. Ich wär fast ohmächtig geworden. Meine Güte. Du hast eine Grenze überschritten. Helga, es war doch nur ein kleiner April-Scherz. Weißt du, noch vor drei Wochen haben wir uns zum Krebenbrötchen-Essen verabredet. Weiß ich noch. Du wolltest alles organisieren. Ja. Soll ich dir was helfen, hab ich gesagt. Nee, mach ich alles alleine, hast du gesagt. Hab ich die Kreben vergessen. Wie kann man beim Krebenbrötchen die Kreben vergessen zu kaufen? Kann doch mal passieren. Dann müssen wir die Brötchen mit so neumodischem Kram essen. Hier, wie heißt das hier? Nutella. Furchtbar. Findest du denn so kleine April-Scherze nicht lustig? Nicht, wenn man sich über einen Scherz lustig macht, der noch tief in der Seele drin sitzt. Woher kommt das eigentlich? Wieso schickt man jemanden in den April? Kommt doch bestimmt aus den USA. Meinst du? Den machen wir doch jedem Blödsinn nach. Ich hab mal gehört, das kommt vom Wetter. Wie? Ja, weil das Wetter im April immer so unbeständig ist. Und dann wird man oft sozusagen reingelegt von Wetter. Ja, Blödsinn. Ja, woher denn? Karl der Neunte. Der neben Diekmans wohnt? Nee, Karl der Neunte aus Frankreich. Der Austauschschüler bei Berends? Marie-Janne. Nun lass mich doch mal ausreden. Hm? 1564. Karl der Neunte aus Frankreich hat eigenmächtig den Kalender geändert. Wieso macht man sowas? Neujahr war jetzt nicht mehr der 1. April, sondern der 1. Januar. Und die Leute haben das nicht mitbekommen. Und denken immer noch, dass der 1. April Neujahr ist. Die armen Leute. Haben sie sich veräppelt vorgekommen, deswegen 1. April. Komische Geschichte. Aber ich geb's ja zu. Was? Ich hab meinen Mann heute Morgen auch schon in den April geschickt. Sag mal. Ich hab ein Schreiben vom Finanzamt gefälscht. Er muss 43.000 Euro nachzahlen. Hecker. Kreativ, ich weiß. Und was hat er gesagt? Konnt er drüber lachen? Ich konnt's nicht auflösen. Wieso? Oh, mächtig geworden. Oh nein. Krankenwagen gerufen, haben sie ihn mitgenommen. Fahr hin, du musst ihm die Wahrheit sagen. Geht ja nicht, wegen Corona. Und jetzt? Die sagen, der muss noch eine Woche da bleiben zur Beobachtung. Wie schrecklich. Ich werd's ihm dann in der Woche sagen. Hast du dir schon überlegt, wie du ihm das sagst oder erklärst? Klar. Und was sagst du? April, April. Hey Gott. Wie wär's denn sonst? Und du regst dich über meinen kleinen April-Scherz mit dem Essen auf? Konnt ich ja nicht ahnen, dass mein Mann ohnmächtig wird und er mit dem Kopf auf den Tischkante ballert. Mann, oh Mann. In den Medien musst du auch aufpassen. Da machen sie auch hin und wieder mal den ein oder anderen April-Scherz. Ist das so? Klar. Was denn? Heute Morgen hab ich das in der Zeitung gelesen, dass die katholische Kirche in Rom das verbietet, homosexuelle Paare zu segnen. Bisschen frech, aber... Das war kein Scherz. Marianne, ich muss. Mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Tortelloni mit Macaroni. Kann ich. Was? April, April. Oh. Eine gute Besserung. Du auch. Muck dat. Muck dat. Muck. Muck.